Ganz herzlich willkommen bei DWS Online. Mein Name ist Nitz Beethke, ich bin Steuerberater und Professor einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Sehr empfehle ich Ihnen mein Seminar Einkünfte aus Kapitalvermögen und zwar zu dem spannenden Thema Verlustverrechnung. Warum? Ja, der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen die Verlustverrechnung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen doch erheblich eingeschränkt und zwar einmal für Totalverluste und für Termingeschäfte. Neben einer allgemeinen Einführung in die spannende Welt der Verlustverrechnung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen stellt das Seminar genau diese beiden wesentlichen Änderungen dar. Schauen Sie mein Seminar, dann sind Sie auf dem aktuellen Stand. Ich freue mich auf Sie. zur Zeitung der Verlustverrechnung bei den Einkünften aus dem